Ein gebrauchter Fiat Ducato steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist viertürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 47.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Innen verfügt der Van über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partygefilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 116 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,7 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Д wildlife . Untertitelung des ZDF, 2020